Servus zusammen, ich bin der Chris und wir schauen uns heute an, wie wir ohne UV-Mapping trotzdem eine saubere Textur auf unser Objekt kriegen können. Wir haben beim UV-Mapping festgestellt, wir müssen verschiedene einzelne Schritte gehen, um wirklich einen sauberen Texturauftrag zu erzeugen. Bei komplexeren Gegenständen kann das wirklich viel Zeit brauchen und gerade wenn man noch im Pre-Modeling ist und dann das Modell vielleicht nochmal über den Haufen schmeißen muss, weil sich da doch nochmal was in der Geometrie ändert, dann muss ich immer wieder das UV-Mapping anpassen. Das ist natürlich sehr mühsam und deswegen gibt es auch hierfür eine Lösung, wie ich die Textur trotzdem sauber auf mein Objekt draufkriege. Jetzt kann man hier unterscheiden in Maya und zwar kann man in verschiedenen Materialtypen unterscheiden. Wir haben einmal die Maya Standard Materialien, also der ganz normale Lambert Shader, der Blind Shader, die ganz normalen Maya Materialien quasi und dann gibt es noch die Render Materialien für Arnold, also quasi eine separate Materialschiene und dann gibt es noch die Shader FX Materialien und in diesen drei Materialien kann ich quasi arbeiten. Wir schauen uns jetzt heute einmal eine Lösung für den ganz normalen Lambert Shader an und eine Lösung für das Raytracing bzw. für das Rendern in Arnold. Schauen wir uns erstmal kurz die Basis Theorie vom Tree Planner Mapping an und zwar nehme ich jetzt meinen Körper, ich mache hier ein neues Material drauf und nehme jetzt eben den Standard Lambert Shader und benenne mir den direkt mal in Material Lambert 01. Und hier gehe ich jetzt auf den Color Reiter und stelle hier hinten bei dem Checkerboard, bei diesem kleinen Schachfeld, stelle ich hinten die neuen Nodes ein, die ich hier einfügen möchte. Und zwar, wenn ich hier drauf drücke, öffnet sich dieses Fenster und jetzt kann ich mir hier verschiedene Module auswählen, die ich eben anwenden kann. Und was ich jetzt möchte ist, ich schreibe hier oben mal Projection rein und klicke hier oben auf Maya, um wirklich alle Nodes zu bekommen und kann hier jetzt den Projection Node auswählen. Und jetzt sehen wir erstmal noch nichts, weil wir keine Farbe hinzugefügt haben, sondern quasi nur die Information, wie die Textur später auf unser Objekt projiziert werden soll. Deswegen gehe ich jetzt hier einmal in den Reiter Image und füge mir hier eine Ramp hinzu. Um einfach mal ein bisschen Farbe zu haben. Die ist jetzt noch sehr, sehr groß skaliert, deswegen gehe ich unter Place und mache das Ganze ein bisschen kleiner. Und wenn ich jetzt nochmal mein Objekt anwähle, ich gehe wieder in den Reiter Color, um in die Projektionsnode zu kommen, dann sehen wir hier, wir haben hier einmal unter Projection Type Planar. Das bedeutet, jetzt wird quasi die Textur einmal Planar von vorne auf mein Objekt draufgetragen, beziehungsweise in dem Fall hier aus der X-Richtung. Wenn ich jetzt auf Triplanar gehe, dann wird die Textur aus drei Richtungen auf mein Objekt aufgetragen. Einmal hier von der Seite, einmal hier von der Seite und einmal von oben. Den Unterschied von oben und von der Seite sieht man jetzt nicht, weil die Textur direkt bündig aneinander dran läuft. Das kann ich aber auch mal nochmal kurz zeigen, indem ich hier die Rotation verstelle. Dann sieht man, wie quasi hier diese Nahtstelle entsteht. Und jetzt aus drei verschiedenen Richtungen, eben einmal von oben, einmal von der Seite und einmal von vorne auf mein Objekt drauf projiziert wird. Und das Spannende hierbei ist jetzt, wenn ich das Objekt jetzt verforme, dann geht diese Textur aktiv mit. Und verändert sich quasi direkt, ohne dass ich das UV-Mapping, wie vorher angesprochen, jetzt quasi nochmal erneuern muss. Das Ganze können wir jetzt auch nochmal ausprobieren, wenn wir nochmal unser Material anwählen. Wir gehen nochmal auf Color, wir gehen wieder auf den Node-Reiter und machen hier bei Image jetzt einmal Rechtsklick drauf und machen Break Connection und laden stattdessen über dieses Schachbrett unter dem Reiter File eine Datei rein. Ich nehme jetzt einfach mal eine simple Struktur. Die ist jetzt noch sehr klein, das bedeutet, wir müssen die wieder etwas vergrößern. Und haben jetzt dementsprechend unsere Holzstruktur auf dem Objekt, wie vorher schon angedeutet. Wir können das Objekt einfach verformen und die Textur geht eben einfach mit und bleibt auf diesem Objekt drauf kleben. Ein großes Problem ist jetzt natürlich, dass wir diese Nahtstellen teilweise relativ deutlich sehen. Hierbei hat diese Projection Node jetzt eben einfach den Nachteil, dass ich diese Blendings quasi nicht einstellen kann. Es gibt aber wie vorher schon angesprochen eine zweite Möglichkeit. Und zwar ist diese Möglichkeit über den Arnold AI Shader zu arbeiten. Dafür dupliziere ich hier einfach nochmal mein Objekt, mache Assign New Material, ich gehe auf Arnold und wähle mir den AI Standard Surface Shader aus. Und kann jetzt hier unter Color quasi genau dasselbe machen. Ich wähle wieder mein kleines Schachbrett an und kann jetzt hier unter dem Reiter Arnold, wenn ich nach Triplanar suche, diese Triplanar Node einbauen. Und hier gibt es jetzt eine Downside und zwar wird mir hier die Textur nicht live angezeigt, sondern ich muss das Ganze raytracen. Da kommen wir gleich drauf. Vom Prinzip her ist der Node, den ich hier jetzt sehe, genau der gleiche wie der, den wir uns vorher angeschaut haben. Nur, dass wir hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten haben. Wir können hier einmal das Blending zwischen den Texturen einstellen und können da wesentlich mehr ins Detail gehen. Wir können hier jetzt ebenfalls wieder unter Input eine Textur einladen und in dem Fall nehmen wir jetzt einmal das Checkerboard. Und sehen jetzt eben, wie gesagt, das Problem, dass wir hier die Textur nicht drauf sehen. Wir müssen quasi in den Render Modus von Arnold reingehen und müssen hier das Ganze auch raytracen, um was zu sehen. Wenn ich jetzt hier auf Raytracing drücke, dann sehe ich hier bei mir schon mal meine Objekte. Das liegt daran, dass ich eine Lichtquelle eingestellt habe. Wenn ich diese Lichtquelle nicht hätte, dann wäre mein Bild jetzt komplett schwarz. Das bedeutet für euch, wenn ihr die Szene komplett neu aufbaut, dann solltet ihr euch hier irgendeine Art von Lichtquelle reinholen. Am besten ist es hierbei einfach die Environmentsphere von Arnold zu verwenden. Das mache ich jetzt einfach mal auch. Und wenn ich hier jetzt ins Render reingehe, sehe ich eben diese Schachbrettstruktur. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich, wenn ich natürlich im Modeling bin, würde ich eigentlich auch gerne meine Struktur, meine Textur sehen. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schade, wenn ich die nur im Raytracing sehe. Aber da müssen wir jetzt erst mal damit leben. Wenn wir jetzt nochmal unser Objekt anklicken, ich benenne den Shader auch mal direkt noch um. Dann gehen wir wieder auf den Color-Reiter und können hier in der Note des Triplanaren jetzt eben mehrere Dinge einstellen. Wir haben, wie gesagt, einmal hier diese harten Verläufe, die wir vorher auch hatten. Und über Blend kann ich jetzt diesen Verlauf quasi ineinander überblenden. Das sieht jetzt bei diesem Schachbrett nicht perfekt aus, weil man das Gefühl hat, ja, ich sehe den Verlauf ja trotzdem noch relativ stark. Wenn ich jetzt aber beispielsweise mit einer Holzstruktur oder mit einer Lederstruktur arbeite, dann kann das wirklich schon ausreichen, um hier ein gutes Fading zu erzeugen. Des Weiteren gibt es hier noch die Möglichkeit unter Cell das Ganze zu aktivieren, Enable Cell. Und hier sieht man jetzt, das Ganze wird ein bisschen wilder. Und zwar kann ich hier jetzt nochmal eine Art Random Pattern hinzufügen. Ich stelle jetzt hier mal kurz das Blending ganz runter. Ich kann quasi die einzelnen Flächen zueinander verdrehen und kann auch an den Stellen, wo ich eigentlich nicht die triplanare Projektion hätte, kann ich jetzt trotzdem Flächenpatches einstellen, um die Textur quasi ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Ich schalte es nochmal aus. Da sieht das Ganze sehr gleichmäßig aus. Und wenn ich es anschalte, kann ich jetzt eben ganz bewusst diese Flächenpatches verändern. Das bringt mir den Vorteil, wenn ich jetzt hier eine Textur einfüge. Also ich break nochmal die alte Connection zum Checkerboard, gehe hier drauf und lade mir ein Pfeil rein. Dann bringt es mir den Vorteil, dass ich diese Strukturen, diese Übergänge theoretisch ein bisschen verschleiern kann. In dem Holzbeispiel ist es jetzt ein bisschen wild. Deswegen klicke ich hier nochmal auf mein Material, nochmal auf die Color und stelle hier diese Cell eben aus. Und kann jetzt hier über den Blendfaktor den Übergang zwischen den Texturen ziemlich gut steuern. Und kann dann eben schauen, was für mich ein guter Übergang ist, dass ich hier eben diese Materialverläufe sauber erzeugen kann. Wie gesagt, ein großer Nachteil ist jetzt natürlich, dass ich das Ganze eben nur im Raytracing, im Render-Modus sehe und nicht direkt im Viewport. Im Gegensatz zu der Standard-Lambert-Lösung, wo ich jetzt eben das Ganze im Viewport schon sehe, wo ich das Ganze im Viewport auch live bearbeiten kann. Aber dafür eben diese härtere Kante habe. Wie wir diese Materialien jetzt im Nachgang noch weiter bearbeiten und optimieren können, schauen wir uns dann im nächsten Video an. Viel Spaß beim Ausprobieren. Viel Spaß beim Ausprobieren.